Der Markus von Living Active und heute unterwegs zur Trickjagd in die Vulkaneifel. Die Vulkaneifel Ja, wir jagen morgen auf einer Fläche von ca. 250 Hektar in einem Haupteinstandsgebiet der Saunen. Und wir haben ein Treiben angelegt oder angesetzt von 3 bis 3,5 Stunden, haben 45 Schützen sowie 17 bis 20 Treiber. Und haben eine Hundemeute mit ca. 9 bis 10 Hunden, hauptsächlich Terrier, weil wir sehr viel Einstand bzw. sehr viel Dickung haben, die sich sehr lange durchzieht. Und wir hoffen, dass wir dadurch morgen natürlich Regenerfolg haben. Aufgrund der hohen Schwarzwildpopulation regional und übergreifend wird die Jagd morgen auf Schwarzwild sein. Mit keiner Hältersbeschränkung oder Gewichtsbeschränkung. Gejagt wird beiderlei Geschlechter, außer natürlich für eine Barren. Ich wünsche uns morgen viel Weidmannsheil an eine erfolgreiche Hart. Gejagt wird beiderlei Geschlechter, außer natürlich für eine Barren. Gejagt wird um die Farbeck zu übergeben. Es ist so vorhanden, es ist so vorhanden. Es ist so vorhanden, es ist so vorhanden. 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 Es ist so vorhanden.